Ich begrüße heute bei mir die beiden Spitzen der stärksten patriotischen Parteien in Deutschland und Österreich. Herzlich willkommen, Frau Weidel, Fraktionsvorsitzende der AfD. Danke, dass Sie extra aus Berlin zu uns zu Auf 1 gekommen sind. Gerne. Schön, hier zu sein, Herr Magnet. Und herzlich willkommen, Herbert Kickl, Bundesparteiobmann der FPÖ. Und wenn es nach den aktuellen Umfragen geht, nach allen aktuellen Umfragen, der pünftige Bundeskanzler Österreichs. Wir werden sehen, was wirklich passiert. Herzlich willkommen bei uns bei Auf 1. Danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann. Und herzlich willkommen, werte Zuschauer, vor den Bildschirmen zu Hause, online oder über Satellitenfernsehen. Ich kann Sie heute in doppelter Hinsicht bei einer Premiere begrüßen. Zum einen hat es dieses Duo in diesem Doppelpack noch nie im deutschsprachigen Fernsehen gemeinsam gegeben. Und zum anderen werde ich heute mich sehr bemühen, beide aussprechen zu lassen, beide ihre Argumente frei vortragen zu lassen. Denn auch das hat es im Fernsehen meines Wissens noch nicht so oft gegeben. Und die Leute wollen endlich einmal sehen und hören, was denn die Argumente sind, ohne dass ein Moderator ständig lästig dazwischenfunkt. Und in diesem Sinne, die Dame zuerst, Frau Weidel, AfD und FPÖ sind, man kann fast sagen, unaufhaltsam im Aufwind. Das hat ja auch immer etwas damit zu tun, dass die Menschen Veränderung wollen. Was würden Sie denn sagen, kurz und knapp, was läuft falsch in den Ländern in Ihrem Land? Alles. Das ist, glaube ich, das Kürzeste, was man dazu sagen kann. Wenn man es sehr drastisch formuliert, dann kann es die Ampel gar nicht eilig genug haben, unser Land, Deutschland, gegen die Wand zu fahren. Das geht jetzt ruckzuck. Und ich habe den Eindruck, dass man sich beeilt, Faktenschaft die Bürger vor vollendete Tatsachen stellt und vor allen Dingen Politik gegen die eigene Bevölkerung betreibt. Herr Kickl, wie würden Sie das beurteilen? Teilen Sie diese Einschätzung auch für Österreich? Eigentlich ist es so prägnant auf den Punkt gebracht, dass ich nicht viel dazu sagen muss. Es ist bei uns leider nicht anders. Wir haben zwar keine Ampel. Wir haben ein anderes Phänomen, ganz interessant. Wir haben zwei Regierungsparteien, die schlechteste Regierung, die es jemals gegeben hat, die sich in gewisser Weise bis auf die Freiheitliche Partei alle anderen Parteien einverleibt hat, auch noch den Bundespräsidenten dazu. Die bilden eine Art Einheitspartei und die hat es sich zur Aufgabe gesetzt, gegen die eigene Bevölkerung zu regieren. Das machen sie mit aller Konsequenz und ziehen eine Spur der Verwüstung durch dieses Land, die es noch nie gegeben hat. Die Vernichtung des Wohlstands, die Vernichtung der Neutralität, die Vernichtung unserer Freiheit und letztendlich damit, und das ist das Gefährlichste bei euch, die Vernichtung des Vertrauens in die Politik. Und hier wollen wir ganz bewusst einen Gegenpunkt setzen und das macht die Herrschaften ganz schön nervös. Jetzt war es ja die letzten Jahre schon absehbar, wenn man einen Zeitraum von 20, 30 Jahren im Blick hat, dass hier unglaubliche Zerfallserscheinungen sich ankündigen. Wir haben die Migrationsfrage, die ja nicht erst seit gestern oder 2015 entstanden ist. Wir haben eine Politik, die angeblich immer auf Nachhaltigkeit setzt, in Wahrheit verbrannte Erde hinterlässt. Warum denken denn die Menschen jetzt um oder wollen hier Alternativen bekommen? Wenn man sich danach fragt, woraus kann man lernen, dann wird die Antwort sein aus der Erfahrung. Und das Interessante ist, dass die Bevölkerung in immer kürzeren Intervallen immer schlimmere Erfahrungen, mit denen macht dies angeblich gut mit ihr meinen. Und vielleicht, um ein bisschen den Bogen zu spannen, das Ganze hat mit 2015 einen ersten negativen Höhepunkt erreicht, wo man die Menschen, die erlebt haben, dass da etwas nicht stimmt, wenn ein Staat nicht mehr in der Lage ist, seine eigenen Grenzen zu schützen. Also nicht irgendwie zu kontrollieren und zu verwalten, sondern wirklich zu schützen. Wenn er nicht in der Lage ist, seine Sozialsysteme zu schützen, dass da etwas nicht mehr stimmt. Und sie haben erleben müssen, wie Politik im Verbund mit Medien, das muss man ja immer als zwei Seiten ein und derselben Medaille des politischen Systems in Wahrheit sehen, wie man versucht hat, den Menschen zu erklären, dass ihre Wahrnehmung falsch ist, dass das in Wahrheit das wahre Schöne und Gute ist, das über unser Land hereinbricht und dass sie alle rückständig, gefährlich oder faschistoid sind, wenn sie die Dinge anders sehen. Das war quasi die Initialzündung. Und man ist dann draufgekommen, Moment einmal, das, was uns die Medien servieren, Hand in Hand mit der Politik, das stimmt ja nicht mit meinem persönlichen Erleben zusammen. Und es hat sich in immer neuen Dimensionen fortgesetzt. Und Corona war da wirklich für viele ein Schlüsselerlebnis. Da war ja die Betroffenheit dann wirklich für jeden Einzelnen spürbar. Ja, das ist ja bis unter die Haut gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wieder war es ein Verbund aus etablierten Medien, Hand in Hand mit der Politik, die bei uns zu einem Einheitssystem verschmolzen ist. Die Europäische Union gleich obendrauf, die Weltgesundheitsorganisation, also dieses ganze System, das den Menschen erklärt hat, Moment einmal, wir wissen viel besser, was gut für dich ist als du selber. Ja, wir glauben, dass wir dazu in der Lage sind, dich vor dir selbst zu schützen, und so weiter, und so weiter. Und so hat man dann die Gesellschaft gespalten, hat das eigene, diesen eigenen Murks, muss man sagen, zur alleinigen Wahrheit erhoben. Und wieder steht das alles in diametralem Gegensatz zum Erleben der Menschen. Und sie haben auch gesehen, dass das alles nicht gestimmt hat. So wie damals, diese Heilsversprechen, die Fachkräfte werden kommen. So war es auch diesmal. Die Lockdowns eigentlich kontraproduktiv, die Impfung weit davon entfernt, ein Game Changer zu sein, und so weiter, und so weiter. Das heißt, es wird die Kluft immer größer zwischen dem, was die Bevölkerung denkt, empfindet und will, und dem, was das politmediale System tut. Und der Klimakommunismus geht in die gleiche Richtung. Die Erklärung, dass die Russland-Sanktionen, alles was damit zu tun hat, alternativlos ist. Es ist immer das gleiche Denkmuster. Die Menschen werden nicht mehr gefragt, aber sie sollen die Suppe ausläufeln. Und irgendwann einmal ist dann, wie man bei uns so schön sagt, der Häfen voll. Und dann reicht es. Und dann wird auch die schweigende Mehrheit zu einer lauten Mehrheit. Und das ist der Punkt, auf den wir setzen. Und offenbar hat dieses System jetzt gehörigen Spundus. Und sie befinden sich in einem letzten Abwehrkampf gegen einen Wahlerfolg der Freiheitlichen Partei. Jetzt werden die Milliarden jeden Tag nur so hinausgeschmissen. Das ist, weiß man wie man das, vielleicht als der Versuch eines politischen Ablasshandels, den man da noch auf den Weg bringt. Es wird alles nichts mehr nutzen, weil diese Entfremdung schon so groß ist. Und vielleicht darf ich da nur eine kleine Geschichte erzählen. Hin und wieder darf ich auch zum Bundespräsidenten kommen. Nicht, dass es mir ein Bedürfnis wäre. Aber er sucht dann das Gespräch. Und als ich das letzte Mal da war, hat er mir seine Liste vorgelegt mit den großen Krisen. Ich sage, die Klimakrise und die Beteuerungskrise. Und was ich denn glaube, was von diesen Krisen die größte Krise ist. Dann habe ich gesagt, Herr Bundespräsident, die größte Krise, die steht auf Ihrem Zettel nicht drauf. Ja, was ich denn meine? Also das ist die Vertrauenskrise, dass kein Mensch diesen Politikern mehr irgendetwas glaubt. Und dann hat er gefragt, was kann man da tun? Dann habe ich gesagt, neues Personal, Herr Bundespräsident. Und auf das wird es hinauslaufen. Jetzt haben die Österreicher ja schon immer öfter den Mut gehabt, die Freiheitliche Partei zu stärken. Immer wieder hat es hier Ausbrüche gegeben. In Deutschland wirkt das ja fast wie einzementiert, muss man sagen. Von der Außenwahrnehmung ist es oft so, dass die Leute oft schon kapitulieren und sagen, das bringt ja jetzt nichts mehr. Aber jetzt ist die AfD im Aufwind in mehreren Bundesländern ganz stark unterwegs. Glauben Sie, dass es, wie Sie sagen, die Ampel so weit überzogen hat, dass die Leute jetzt schön langsam aus ihrer Komfortzone gerissen werden? Ja, natürlich. Und das ist das Phänomen, vor allem auch in Deutschland, was ich als Deutsche auch historisch beobachten kann. Es ist immer so das Kippen von einem Extrem ins andere. Und das ist immer enorm gefährlich, wenn extrem dumme Leute in Verantwortung sind und Macht haben. Und Deutschland hat so die Eigenart, von einem Extrem immer ins andere zu kippen und wieder zurück. Und das ist etwas, was einem ein mulmiges Gefühl bereitet. Ich trage Verantwortung als Bundessprecherin und auch als Fraktionsvorsitzende der AfD. Und wie Sie schon richtig sagen, wird dieses Protestpotenzial, also das Aufstehen der schweigenden Mehrheit, wird jetzt übersetzt in steigende Umfragewerte in unsere Partei. Auch wir haben einen Vertrauensverlust. Immer weniger Menschen vertrauen der Regierung. Wir haben Spitzenwerte von Negativrekorden für die Regierung. Über 70 Prozent der Deutschen traut diese Regierung gar nichts mehr zu. Genau die gleichen Werte hat der Kanzler, der sich irgendwie entschieden hat, seine Piratenmaske nicht mehr abzunehmen. Rennt so zum G20-Gipfel. Das kann man alles machen. Aber damit machen wir uns natürlich auch zum Gespött der Welt. Und diejenigen, die sowieso schon gedacht haben, dass Deutschland zu einem Hippie-Staat mutiert, das ist ja auch nichts anderes. Das ist ja nicht nur ein Kontrollverlust, wie es ja immer gesagt wird, sondern es ist ein Kontrollverzicht, der hier praktiziert wird. Angefangen mit der Merkel-Regierung, mit der CDU. Darum ist ja auch die CDU eine völlig unglaubwürdige Partei geworden, die ja auch überall in den Bundesländern in Deutschland mit den Grünen auch koaliert. Die Merkel-CDU hat damit angefangen, die Grenzen zu öffnen, offen zu halten. Wir haben Menschen, die bei uns sind, von denen wir nicht wissen, wer sie eigentlich sind. Sie haben vorher die Pässe weggeschmissen, die Handys haben sie behalten, wir haben mehrfach Identitäten. Und jetzt geht die Ampelregierung daher und hat auch noch unser Einbürgerungsgesetz geändert. Das muss man sich mal vorstellen. Also vielleicht diejenigen, die das noch nicht wissen. Unser Einbürgerungsgesetz wird jetzt dahingehend geändert, dass man nicht acht Jahre braucht, um sich einbürgern zu lassen, sondern nur fünf. Und für besondere Integrationsleistungen, das muss man sich mal vorstellen, weit gefasst, weiter Kriterienkatalog, nach drei Jahren und Doppelstaatsbürgerschaften sind auch zugelassen. Das heißt, wir haben bei all denen, die illegal zu uns gekommen sind, es waren ja nicht, wie Sie es auch gerade gesagt haben, nicht gut ausgebildete Leute, auch keine Raketenwissenschaftler, es sind keine Fachkräfte, sondern es sind Menschen, die genau dieses Diktat von oben, diesen verordneten Kontrollverzicht an unseren Grenzen genutzt haben, zu uns zu kommen und in unser Sozialsystem einzuwandern, was überhaupt gar nicht gehalten werden kann. Wir haben es gerade gesehen, letzte Woche hatten wir die Haushaltswoche im Deutschen Bundestag und da sieht unser Bundeshaushalt so aus, dass zwei Drittel für soziales Personal und Zinsen aufgewandt wird. Also das ganze Ding ist nicht mehr finanzierbar, nicht mehr nachhaltig und vielleicht auch noch drei Zahlen. Man denkt ja immer, Deutschland sei so weit vorne, sei ein wohlhabender Staat. Die Deutschen sind nicht mehr wohlhabend, schon lange nicht mehr. Das ist alle schuldenfinanziert. 48 Prozent der Deutschen hat ein Bruttoeinkommen von weniger als 30.000 Euro. Ich wiederhole nochmal, jeder zweite Deutsche verdient weniger als 30.000 brutto. Die Hälfte der Deutschen hat kein Immobilieneigentum und 25 Prozent unserer Rentner hängen in der Grundsicherung, also müssen mit weniger als 1.000 Euro auskommen. Das sind diese drei Zahlen, die sie einfach wissen müssen, dass das jetzt nicht langsam geht mit der Abschmelzung unseres Wohlstandes, sondern der Restwohlstand der Bundesrepublik Deutschland, der entzündet sich wie eine Wunderkerze, die jetzt ganz schnell abbrennt. Da ist nichts mehr. Unser Wohlstand ist abgebrannt und das geht jetzt ganz schnell. Und wir sind angetreten, um diesen Niedergang so schnell wie möglich aufzuhalten und vielleicht doch noch, wenn Sie das erlauben, auch noch mal zwei Zahlen. Wir sind in Ostdeutschland bei weitem stärkste Kraft. Wir haben in drei Bundesländern nächstes Jahr drei ostdeutschen Bundesländern Wahlen, wo wir bei weitem vorne liegen, haben wir schon die CDU abgehängt, dass wir sogar eine absurde Situation, ich nenne ihn als Beispiel mal Sachsen, haben, wo es danach aussieht, dass eigentlich nur noch die AfD und die CDU im Landtag übrig bleibt und alle anderen Parteien möglicherweise rausfliegen. Das muss man sich mal vorstellen. Und im bundesdeutschen Gebiet sind wir jetzt bei 22 Prozent. Also wir sind stabil bei weitem vor der Kanzlerpartei von Olaf Scholz. Und ja, die Parteien, die schmieren da völlig zu Recht ab. Und jetzt lassen Sie uns mal abwarten, wie das mit unserem energetischen Wunder jetzt im Winter läuft. Was da los sein wird, wenn wir den einigermaßen normalen Winter bekommen. Das, was hier gemacht wird, das ist nochmal, es ist eine Politik gegen die eigene Bevölkerung, die wirklich abgebrannt wird, bestohlen wird, während wir Millionen von Wirtschaftsmigranten durchfüttern müssen. Und das versteht niemand mehr. Es könnte wirklich eins zu eins auch eine Beschreibung der österreichischen Zustände sein. Und ich finde eines so interessant in den Analysen, nicht nur unserer politischen Gegner, sondern auch der sogenannten Experten, wo ich mich immer frage, wie oft darf man sich eigentlich noch irren, um immer noch als Experte von Medium zu Medium gereicht zu werden. Aber es ist interessant, weil ja in der Analyse auch des Zuwachses, ich glaube, das gilt für die AfD gleichermaßen, wie für die Freiheitliche Partei immer gesagt wird, wir sind nur deshalb so stark, weil die anderen so schwach sind. Es dauert aber dann keine zwei Sekunden, bis dieselben, die das behaupten, dann dazu sagen, aber die anderen Parteien, das sind quasi die Paradebeispiele für Regierungsfähigkeit. Und Sie haben jetzt durchdekliniert in den einzelnen Bereichen das, was Regierungsfähigkeit dann unterm Strich bedeutet. Es bedeutet einen Bevölkerungsaustausch, wo man mal sagt, wo man in Teilen der Ballungszentren in Österreich Fremder in der eigenen Heimat geworden ist. Jetzt haben wir an der Spitze der Sozialdemokratie einen Marxisten sitzen, der macht die nächste Variante des Bevölkerungsaustausches. Der will noch mehr von diesen Zuschusssubjekten hereinholen und gleichzeitig aber diejenigen, die ein Vermögen haben, aus dem Land hinaus ekeln. Das ist dann das Nächste. Wir haben ein Desaster im Gesundheitsbereich, wo wir nicht wissen, wo wir eigentlich beginnen sollen, in Wahrheit, weil das ist ein Kunststück, das muss man mal zustande bringen. Alles Frustrierte, die Ärzte, das Pflegepersonal, die Patienten, lauter Frustrierte. Nur ein politischer Überbau, der für sich in Anspruch nimmt, allein dazu in der Lage zu sein, das alles zu managen, der geht nicht weg von diesem Anspruch und so weiter und so weiter. Was ich damit sagen will, ist, wir sind nicht deshalb so stark, weil die anderen so schwach sind, sondern wir sind deshalb so stark, weil wir die besseren Antworten auf diese Probleme geben. Wir haben das zum Beispiel bei Corona, glaube ich, sehr, sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wo das, was wir gesagt haben, der richtige Weg gewesen ist. Der Plan B, die Verbindung von Freiheit und Gesundheit und nicht das Gegeneinander ausspielen. Und die Antworten, die wir geben, in den einzelnen Bereichen von der Asylpolitik, Gesundheitspolitik, Klimapolitik und so, hängen alle am selben Prinzip. Und das ist das, was ihnen so weh tut. Das ist diese Hinwendung zur eigenen Bevölkerung. Das ist diese Rückkoppelung politischer Entscheidung an den Souverän. Die sind alle schockiert, wenn man das sagt. Aber das zeigt ja nur, wie weit wir es schon gebracht haben, was diese Entfremdung betrifft. Die wenden sich ja alle überall hin, nur nicht zur eigenen Bevölkerung. Die schämen sich für die eigenen Leute. Und das ist etwas, was wir grundsätzlich anders sehen. Und mit diesem veränderten Zugang, da finden Sie kein Rezept dagegen. Das sind Sie nicht gewohnt, dass man jemanden nicht kaufen kann, dass man jemanden nicht drohen kann und dass jemand gar nicht dabei sein will bei dieser selbsternannten Elite-Truppe. Da muss man ja nur sagen, um Gottes Willen, möglichst viel Distanz zu diesen Herrschaften, aber dafür möglichst viel Nähe zum Volk. Und ich glaube, das ist so von der Grundeinstellung etwas, was uns sehr, sehr verbindet. Und ich freue mich über die positive Entwicklung in Deutschland. Nicht nur die Umbragen, da muss man immer vorsichtig sein, aber auch schon die Wahlergebnisse, die es ja schon gegeben hat. Einfach deshalb, weil Deutschland und Österreich in gewisser Weise fast der Hotspot von negativen Entwicklungen auf diesem Kontinent sind. Und wenn man dem entgegenwirken will, dann muss man dort entgegenwirken, wo die größten, sage ich jetzt einmal, Versager und verantwortungslosen Gestalten in der Regierung sitzen. Jetzt haben Sie gesagt, die Hinwendung zum eigenen Volk und streichen das ja schon als Mehrwert heraus Ihrer Politik. Jetzt muss man sagen, vor einigen Jahrzehnten hätte sich ja kein Politiker, egal welcher Partei, hinzustellen getraut, um offen gegen das eigene Volk Politik zu machen. Mittlerweile ist das aber, das ist so eingerissen, kann man jetzt sagen. Wir vermuten dahinter natürlich einen langen Marsch, der sich aufgebaut hat. Aber wir erleben das heute, dass das ja wirklich schon ein Alleinstellungsmerkmal ist. Dazu eine Debatte, was ist eigentlich noch normal? Die ÖVP hat sich ja nicht entblödet, eine Kampagne zu machen, um ihre Ansätze in der Politik als nicht normal hinzustellen. Was ist denn für Sie normal? Sollte man diesen Begriff aufgeben oder sollte man erst recht an dieser Front den Begriff der Normalität verteidigen? Also erstens einmal bin ich froh, dass die ÖVP das aufgegriffen hat, weil sie greifen ja jetzt vieles auf, was die Freiheitlichen thematisiert haben, was wir vorgeschlagen haben. Ich sage immer, die ÖVP, das sind die österreichischen Chinesen. Wenn ihnen selber nichts einfällt und irgendwo anders etwas gefällt, dann wird es nachgebaut. In einer Billigstorfer, meistens in einer Ramsch-Variante. Im Wirtschaftsleben kostet es dann weniger, deswegen nehmen es die Leute. In der Politik kostet es gleich viel. Es kostet genau die eine Stimme des Wahlberechtigten. Deswegen glaube ich, die Leute werden zum Qualitätsprodukt greifen. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist geradezu pervers, muss ich sagen, wenn die ÖVP den Begriff der Normalität für sich versucht, in Anspruch zu nehmen, weil kein Mensch in diesem Land vergessen hat, dass es die ÖVP mit Sebastian Kurz, mit Caroline Edstadler, mit Außenminister Schallenberg, mit Karl Nehammer und so weiter gewesen ist, die das Gegenteil der Normalität ist, gleich den Ausnahmezustand zum Normalzustand erheben wollten. Und zwar nicht vorübergehend, sondern de facto für immer. Es wird nie mehr so sein, wie es früher war. Ich kann mich gut erinnern. Ja, ganz stolz war er der Herr Bundeskanzler, als er dem Herrn Schwab da diese Vokabeln nachgebetet hat und so weiter. Und die spüren sich jetzt auf als Hüter der Normalität. Aber, und jetzt bin ich beim Positiven, es ist gut, dass wir diesen Begriff führen oder dass wir darüber reden, weil ich eine unglaubliche Angst davor bemerke, bei den selbsternannten Eliten das Wort Normal nur noch in den Mund zu nehmen. Das darf es ja alles nicht mehr geben. Wir müssen es dann nur zu Ende denken und dann sagen, na gut, wenn es das nicht mehr gibt, dann gibt es auch das Abnormale nicht mehr. Ja, und dann sind 70.000 kinderpornografische Dateien auf einem Laptop eines Künstlers, der bestens vernetzt ist mit dem System. Alles kein Problem mehr. Und was bedeutet für mich Normalität? Eigentlich ist es so etwas Ähnliches wie ein Sammelbegriff, möchte ich fast sagen, für einen Zustand der Geborgenheit, des Selbstverständnisses, des Vertrauens, des Aufgehobenseins, des Wohlfühlens, und zwar nicht nur für mich als Einzelperson, das ist jetzt der entscheidende Punkt, ja, das wäre zu wenig, sondern für die große Menge der Bevölkerung, für das, was wir vorher als schweigende Mehrheit eigentlich angesprochen haben. Eigentlich eine zugrunde liegende Selbstverständlichkeit, Dinge, die man gar nicht thematisieren muss. So selbstverständlich ist das. Das ist das berühmte Mann. Das tut man nicht oder das tut man, ja, da ist diese Normalität drinnen. Und jetzt sage ich so, dass Institutionen oder Handlungsweisen oder eben auch Zustände, die bei mir dieses Gefühl der Vertrautheit, des Nichtfremden, des Geborgenseins und so weiter auslösen und eben auch bei der großen Masse der Bevölkerung, das ist das, was wir als Normal bezeichnen. Und das lasse ich mir überhaupt nicht nehmen, weil es für den Menschen Orientierung, Verankerung und Sicherheit bedeutet. Und wenn man den Leuten das nehmen will, dann steckt dahinter die böse Absicht, sie zunächst ins Ungewisse zu bringen, um ihnen dann etwas Neues als Normal anzubieten. Und das ist dann der berühmte Umbau der Gesellschaft. Das kann man nachlesen bei Marx und Engels. Die haben das ausführlich formuliert. Offenbar ist das in der Zwischenzeit, weiß ich nicht, wieder schick und salonfähig geworden in Österreich. Aber das ist der Umbau der Gesellschaft im Sinne einer verrückten Ideologie, weil man glaubt, man weiß es besser als alle anderen. Oder im Sinne der Machtgier oder im Sinne des Profitstrebens. Das sind die drei Komponenten, die da immer eine Rolle spielen. Und deswegen werden wir um diese Normalität kämpfen. Selbstverständlich. Und zwar nicht in einer Rückwärtsbewegung, sondern in einer Vorwärtsbewegung. Wir werden uns auch in dieser Debatte verlorenes Territorium wieder zurückholen. Ich lasse mir den Mund nicht verbieten. Ich lasse mir keine Vokabeln irgendwo streichen oder vorgeben. Ich lasse mir keine Bücher zensieren und ähnliche Dinge. Wir waren dort viel zu lange defensiv. Es braucht eine neue Offensive für die Normalität, den Hausverstand für die Mitte der Gesellschaft. Frau Weidel, ist das jetzt auch ein Thema in Zukunft für die AfD, diesen Begriff der Normalität zu verteidigen gegen dieses New Normal, was uns hier überall aufgepfropft wird, das uns eingeredet wird, dass dieses neue Normal als Begrifflichkeit erstmals mit Corona in die Breite gebracht, dass das normal sein soll? Also das New Normal, das scheint ja ein Kampfbegriff geworden zu sein. Das wurde ja ursprünglich geformt beim BEF, beim World Economic Forum. Daher kommt es ja. Und wenn man sich das Buch von Herrn Schwab anschaut, nicht wahr, die große Transformation, dann weiß man, wohin das Ganze führen soll. Und zwar in eine neue plansozialistische, kommunistische, postgesellschaftliche Form des Zusammenlebens durch Verbote, Einschränkungen, das, was sie in Deutschland erleben können. Und ich finde, Herr Kickl hat eben was ganz Entscheidendes gesagt. Er hat rekurriert auf Marx und Engels. Marx und Engels selbst rekurrierten auf Hegel. Hegel ist ein Staatsphilosoph gewesen, der bezahlt wurde, eine Philosophie zu proklamieren und auch an Universitäten zu lehren, mit der Grundüberschrift, mit dem Grundnarrativ, Kampf, also Fortschritt durch Kampf. So, dass man immer einen Konflikt sucht und dass es dadurch angeblich einen Fortschritt gibt. Das sehen wir in kommunistischen Gesellschaften. Da wurde immer irgendwie gekämpft, immer irgendwie Unfrieden. Klassenfeind. Genau, der Klassenfeind. Es wurde immer in irgendeiner Form ein Kampf gesucht, um angeblich Mao, der große Sprung nach vorne, weil eben auch China genannt wurde. Es ist ja genau das gewesen, diese Kampagnenführung, die kommunistischen Systemen zu eigen sind. Und hier wird heutzutage, und das subsumiere ich unter dem New Normal, der neuen Normalität. Hier wird gerade der Kampf geführt gegen die eigene Bevölkerung. Das ist ein Kampf und man wird, und es wird einem gesagt, dass dieser Kampf fortschrittlich sein soll. Schauen Sie nach Deutschland. Deutschland ist die extreme Form. Es ist wirklich die extreme Form. Das, was ich eingangs sagte, die Deutschen lieben anscheinend oder die deutsche Politik liebt das Extrem. Und das macht sie so enorm gefährlich, weil die Ausgewogenheit fehlt. Das Maß, die Mitte fehlt so einer Form der Politik, was sie so unglaublich gefährlich macht. Die Deutschen haben die Grenzen geöffnet. Sie haben für Pull-Faktoren gesorgt, so als größtes Land in der Mitte Europas. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben unsere Energiepolitik komplett umgestellt. Völlig ohne Not. Man muss dazu wissen, dass Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten die sicherste und die günstigste Energieversorgung hatte. Noch im letzten Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da ging es, da ging es nach vorne. Und da ist man hingegangen und hat absichtlich einfach die Abrissbirne durch das Land sausen lassen und hat hier so ein, so einen, wie soll ich sagen, so eine Zuwendung zu einem energetischen Agrarstaat geschaffen. Man kann ein Industriestaat niemals mit Flatterstrom betreiben. So und die Regierung Merkel hat damit angefangen. Die Ampel treibt das Ganze ad absurdum, nur Windkraftwerke aufzustellen, Solarpanels. Und dazu muss man wissen, an dem Primärenergiebedarf machen diese Energiesorten nur 7 Prozent aus. Das haben wir im letzten Jahr gesehen. Und das Ganze muss abgefangen werden, wenn wir Dunkelflauten haben, also kein Wind, kein Licht, durch Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke. Gas ist jetzt weggefallen, muss teuer eingekauft werden, Flüssiggas, LNG-Gas aus den USA, weil mal locker uns die Erdgasversorgung aus Russland, die günstige Erdgasversorgung, die ja eigentlich diese ganzen Nachteile aus dem EEG, aus dem Erneuerbaren Energiegesetz aufgefangen haben, wurde uns ja vor der Nase weggesprengt. Und was ganz frappierend war, dass sich die deutsche Bundesregierung dagegen nur nicht mal in irgendeiner Art und Weise gewährt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist die Selbstaufgabe eines Staates, sich nun nicht einmal zu rühren, wenn einem die vitale Infrastruktur vor der Nase weggesprengt wird. Und der ganz große Verlierer in diesem Ukraine-Krieg ist die Bundesrepublik Deutschland. Wir sind die großen Verlierer. Und diese Entwicklung wird beschleunigt durch die eigene Regierung. Und das ist der Kampf gegen die eigene Bevölkerung. Das ist die Fortsetzung von Hegel, Marx und Engels und Mao. Das kann man schon so sagen, Herr Kickel. Da bin ich gespannt auf Ihre Meinung, dass dieser Kampf gegen die eigene Bevölkerung geführt wird. Also diese Sprungfixe. Das ist alles ganz toll. Die Windmühlen, die sich im Übrigen. Ich bin so viel in der Bundesrepublik kreuz und quer, Nord, Süd, Ost, West unterwegs. Die drehen sich ja nicht. Wollte ich gerade fragen. Sehen Sie denn welche, die sich drehen? Nein, ich sehe keine, die sich drehen. Ja, richtig. Und dann wird auch noch in der größten Energiekrise, und das möchte ich gerne noch zum Abschluss sagen, in der größten Energiekrise, wo uns das weggesprengt wird, wo uns die Energiepreise durch die Decke gehen, nicht nur für die privaten Verbraucher, sondern vor allen Dingen für unsere Unternehmen, die ja jetzt freiwillig das Weite suchen oder Pleite gehen, auch nochmal eine ganz interessante Zahl. In diesem Jahr haben über 50.000, es sind 56.000 Unternehmen Insolvenz angemeldet. Und das ist nicht nur ein langsames Rutschen unserer Unternehmen und unseres Mittelstandes, sondern das geht jetzt alles ganz schnell. 56.000 Insolvenzermeldungen in Deutschland. Und das sind Zahlen, die liegen auf dem Tisch. Und dann geht dann so ein Piratenklappen-Bundeskanzler dahin mit seinem völlig unfähigen Grün-Vizeminister und unserer Pannen-Außenministerin, wo man sich wirklich die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Was wird sie als nächstes sagen? Was wird sie als nächstes sagen? Die 360-Grad-Wende oder das 560-Tage-Jahr? Oder dass sie in Länder fliegt, die Hunderttausende von Kilometern weit entfernt sind? Oder dass Kobolde in die E-Autos verbaut werden? Mit solchen Peinlichkeiten haben wir zu tun. Und wir sind weit entfernt in Deutschland von einer bürgerlichen Politik. Und das macht das Ganze so unglaublich gefährlich. Vielleicht ganz kurz, ich habe gemerkt, wie Sie unrund geworden sind bei Hegel. Also Sie haben sich ja auch mit Hegel beschäftigt, wenn ich richtig informiert bin. Und vielleicht eine kurze Rede. Wir führen ja keine philosophische Debatte. Aber ein paar Worte. Bitte nicht Hegel und Marx in einen Topf schmeißen. Weil Marx hat ja auch damit begonnen, Hegel vom Kopf auf die Füße stellen zu wollen. Und er hat damit aus seiner Philosophie etwas ganz anderes gemacht. Hegel ist Philosophie. Hegel ist keine Gebrauchsanweisung für einen Gesellschaftsumbau. Das ist Marx. Das ist wiederum keine Philosophie. Da bin ich bei der aristotelischen Unterscheidung. Aristoteles hat einmal gesagt, Philosophie ist wunderbar, weil sie zu nichts Nutz ist. Das heißt, man kann sie zu nichts benutzen. Das heißt aber auch, man kann sie zu nichts missbrauchen. Und da kann man den Unterschied erkennen zwischen einer Philosophie und einer Ideologie. Marx ist eine Ideologie. Und ich glaube, dass es in vielen Bereichen genau das Gegenteil, und Sie haben das jetzt auch in Beispielen beschrieben, das Gegenteil der hegelischen Sicht der Dinge ist. Diese neue Normalität, diese neue Weltordnung, ist ja nichts anderes als eine neue Verkleidung, ich weiß gar nicht die wievielste, für den Befreiungsschlag des Kommunismus, um alle Menschen glücklich zu machen. Das ist ein Versuch, den Totalitarismus immer im Zeichen des Guten selbstverständlich über die Welt auszubreiten. So getragen von dem Schlagwort, große Probleme kann man nur im Großen lösen. Und da merkt man gleich, wie wenig das mit Hegel zu tun hat, weil auf Kriegsfuß mit dem Eigentum. Da beginnt es schon einmal. Die elementarste Form des Eigentums, das ist mein Körper. Wir haben bei Corona erlebt, wie wenig das Eigentum meines Körpers diesen Herrschenden in dieser Ideologie bedeutet. Gar nichts. Also auf Kriegsfuß mit Eigentum. Bedeutet auf Kriegsfuß mit Leistung. Bedeutet auf Kriegsfuß mit Freiheit. Weil Eigentum nichts anderes ist als manifestierte Freiheit. Ich habe die Möglichkeit, darüber zu verfügen, es innerhalb der Familie weiterzugeben und so weiter. Mich damit unabhängig zu machen in meiner Zukunftsgestaltung. Da bin ich dann schon beim Nächsten. Auf Kriegsfuß mit der Familie. Das passt auch nicht ins Konzept. Erleben wir dann bei Eigentumssteuern, Vermögensteuern, Erbschaftssteuern. Da mischt sich der Staat in Bereiche ein, die ihn überhaupt nichts angehen. Und so geht es dann weiter. Auf Kriegsfuß mit dem Begriff der Nation. Das ist ja überhaupt das Allerschlimmste. Damit natürlich auch auf Kriegsfuß mit dem Nationalstaat. Und am Ende auf Kriegsfuß mit dem Herrgott. Das ist sozusagen, das ist diese ganze kommunistische Geschichte, wo man versucht, den Menschen zu entwurzeln, von ganz unten bis ganz oben, um darauf ein neues System aufzusetzen. Und ich denke mir immer, Sie haben es ja beschrieben, man kann ja nicht so blöd sein, dass man das alles wirklich glaubt, was man dort politisch verzapft. Dass man wirklich glaubt, dass das Heil der Europäischen Union darin liegt, dass man Deutschland und die Staaten, die da ja alle irgendwo dranhängen an diesem Industriestandort, dass man die zurückkatapultiert, ja nicht um Jahrzehnte, sondern schon fast um Jahrhunderte. So dumm kann man doch nicht sein. Und wenn es die Dummheit nicht ist, dann ist es die böse Absicht. Und immer mehr Menschen kommen drauf, es ist die böse Absicht. Hier führt jemand nichts Gutes im Schilde gegen unsere Nationen, gegen unsere Länder und damit natürlich gegen die Bevölkerung. Kein Mensch wird gefragt, alle sollen es fressen. Das ist das Problem. Waren Sie sich einig wahrscheinlich, dass es hier tatsächlich in Richtung Kommunismus gehen soll? Wie passt das denn zusammen? Viele Zuschauer, wir haben das bei Auf1 schon öfters thematisiert, dass wir vom WEF-Kommunismus gesprochen haben und Reportagen gemacht haben. Dann fragen viele, ja, aber das ist ja kein Kommunismus. Im Kommunismus sind ja alle gleich. Wie glauben Sie denn, sollte denn das Endziel aussehen von dieser neuen marxistischen Ideologie, die hier übergestülpt wird? Ich glaube, und das haben wir gesehen, was aus meiner Sicht schon fast als Testverfahren bezeichnet werden konnte, durch das Corona-Regime. In einem Corona-Regime, was ja auch manifestiert werden soll, durch die WHO. Herr Kickl hat es am Anfang angesprochen. Die WHO schickt sich an, ein Regime zu erschaffen, das erstens die demokratische Teilhabe aushebeln soll und zweitens gegen das Grundgesetz oder gegen die Verfasstheit souveräner Staaten verstößt. Also es möchte sich Eingriffsrechte vorbehalten, die normalerweise nur nationalen Parlamenten vorbehalten sind. Und das ist ja eine extrem gefährliche Entwicklung. Und wir haben das gesehen in allen europäischen Ländern, aber auch, wenn man so über den Atlantik schaut, was hier eigentlich passiert ist. Hier ist eine Krankheit ausgebrochen, Corona. Am Anfang, muss ich sagen, galt ja auch das Vorsichtsprinzip. Man wusste nicht, was da dran ist. Und da habe ich auch gesagt, das medizinische Personal entsprechend auch auszustatten. Da wurde ich noch ausgelacht im Deutschen Bundestag. Da war die Regierung dann so weit, so hat gesagt, ja, Händewaschen reicht und das ist alles easy, ist alles ganz toll. Und drei Wochen später, die Schubumkehr wurde alles abgeriegelt und gegen das Grundgesetz verstoßen. Also erst mal überhaupt so etwas diskutiert zu haben, wie eine allgemeine Impfpflicht. Dann Menschen de Faktor gezwungen zu haben, sich zu impfen. Dann Lockdowns, Menschen zu verbieten, rauszugehen. Und dann auch die 2G-Regelung. Also Menschen wie Tiere zu behandeln. Wir müssen draußen bleiben. Meine Eltern, mein Vater ist Mitte 80, meine Mutter ist Ende 70. Die wurden eingesperrt. Meine Mutter ist daran erkrankt. Sie hat das nicht mehr ausgehalten, dass sie eingesperrt war, dass ihr verboten wurde als Nichtgeimpfte in irgendwelche Geschäfte zu gehen oder in Restaurants. Das hat man mit den Menschen gemacht. Und ich will gar nicht daran denken, was man mit den alleinstehenden älteren Menschen in Seniorenheimen gemacht hat. Einfach so, per Handstreich. Und dann die Jugendlichen und Kinder eingesperrt hat. Dann durften sie nicht auf den Bolzplatz. Dann wurde die Polizei missbraucht, da irgendwelche Schlittenpisten aufzureiben, wenn dann irgendwie zwei Kinder auf dem Schlitten gesessen haben. Das war ein Testverfahren aus meiner Sicht zur Aushebelung unserer Grundrechte, was jetzt manifestiert werden soll. Und dagegen müssen wir uns zur Wehr setzen. Und ich kann Ihnen eins sagen, so ein Regime ist unter AfD-Regierungsbeteiligung niemals machbar. Und Kollege Kickl sieht das ja ganz genauso. Ich fand das auch unglaublich toll, was hier in Wien passiert ist damals. Diese riesige Demonstration für die Freiheit, für die Grundrechte. Und wir sind die einzigen Parteien und das muss ich jetzt einfach mal wirklich in Bescheidenheit sagen. Aber wir sind die einzigen Parteien in Österreich und in Deutschland, mit denen das überhaupt gar nicht zu machen ist, die eben für die Erhaltung der Grundrechte, für das Grundgesetz, für die demokratische Verfasstheit einstehen und dagegen auch zu Felde zieht und für die Freiheit der Bevölkerung ist und wirklich da auch ein Riegel davor schieben möchte, dass so etwas niemals möglich sein wird. Der Riegel ist ein gutes Stichwort, denn wir haben ja erlebt, nicht jetzt nur aktuell bei der Klimadebatte, sondern auch bei Corona, dass hier die Anweisungen und die Ideen ja nicht von denen, sie haben beide Politiker oder Regierungspolitiker, haben sie beide ja als nicht besonders intelligent jetzt eingestuft, sondern das kommt ja von woanders. Wir haben gesehen, das kommt von der WHO, dort sitzen nicht gewählte Experten. Sie haben das WEF und den Klaus Schwab angesprochen. Von dort kommen ja immer, man muss schon das Gefühl haben, die Vorgaben international. Sollte man als Politiker einen nationalen Schutzmechanismus einziehen, damit solche Einflussnahmen nicht mehr möglich sind? Und dann eine zweite Frage an Sie, Frau Weidel. Sie waren ja, bevor Sie in die Politik gegangen sind, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen auch in der Privatwirtschaft tätig oder vielen anderen Politikern. Sie waren ja bei der Bank Goldman Sachs und diese Bank engagiert sich ja sehr stark, auch immer, indem sie Politiker irgendwo installiert, den Herrn Draghi oder andere. Haben Sie dazu irgendwo Einsicht bekommen können, wie das funktioniert? Oder haben Sie noch Kontakt zu diesen Leuten? Und würden Sie sagen, die Politik, die AfD-Politik muss hier klare Kante zeigen, damit internationale, globalistische Konzerne hier nicht die Politik machen können? Also zu meinem ersten Arbeitgeber, Goldman Sachs, ist es so, dass ich da natürlich nicht in der Liga gespielt habe wie die Partner und Managing Directors, sondern das war mein erster Job nach dem Studium. Ich war Analystin und war für Berechnung von Modellen zuständig von Pensionsfonds. Das ist meine Aufgabe gewesen. Ich war ja ein ganz kleines Rädchen in dem Getriebe und dementsprechend hatte ich natürlich auch zu diesen Leuten keinen Kontakt. Was ich natürlich, also vielleicht auch noch mal der zweite Teil der Frage, ob ich noch Kontakt habe. Also der Policy der Bank entspricht es nicht, was ich tue. Und natürlich werde ich auch dort geächtet. Das ist natürlich völlig klar, warum kein Kontakt besteht. Das teichnet sich ja jetzt wieder auf. Also so etwas wie ich als ehemalige Arbeitnehmerin, das darf natürlich überhaupt gar nicht sein. Und wir müssen aber konstatieren, dass die Systematik schon ist, dass Politik und Wirtschaft extrem verstrickt sind. Dass wir hier teilweise es mit korruptiven Verhaltensweisen zu tun haben, die aber auch durch das politische System befördert werden. Ich will Ihnen mal einfach mal ein Beispiel nennen oder Beispiele oder mal einen Denkanstoß. Ich möchte gar nicht wissen, wie hier Leute in den Regierungen geschmiert werden durch Versprechungen, durch nachfolgende Jobs nach der Politik. Es ist doch so einfach, diesen Leuten zu sagen, hey, also wenn ihr jetzt das und das tut, dann kriegt ihr in eurer postpolitischen Karriere diesen Aufsichtsratposten, diesen lukrativen Posten. Es ist doch so einfach. Und das sieht man eben auch, wo die ganzen Leute, dann auch die Ex-Politiker auch landen. Ja, das ist ja, die fallen doch alle weich. Und mir kann doch niemand sagen, dass bei dieser, Sie haben es eben gesagt, dummen Politik, aber auch bei dieser akzeptierten Politik, die ja gegen die eigene Bevölkerung betrieben wird, dass da alles sauber läuft. Das kann ich gar nicht glauben. Und urplötzlich landen diese Leute dann in diesen Lobbyistenvereinen, die dann irgendwie aufgeplustert sind hier und da. Und jetzt nochmal so zu diesem ganzen Corona-Regime. Ich habe es ja am Anfang gar nicht geglaubt. Wenn Leute zu mir gekommen sind und haben gesagt, ja, also der Bill Gates, der hängt da aber drin. Ich habe das abgelehnt. Ich habe das abgelehnt. Also ich will davon alles Verschwörungstheorie. Ich will das überhaupt gar nicht hören. Das war so groß. Ja, das war so groß und so. Das kann man doch gar nicht sagen. Das ist so ein Quatsch. Dann habe ich ein Buch gelesen, kann ich nur jedem empfehlen, von einem, glaube ich, linken Journalisten Inside Corona, wo der in diesem Buch beschreibt, wie eigentlich so die Firmenverflechtungen über Stiftungen, über Finanzströme laufen. Und da ist natürlich auch die Bill Gates-Stiftung thematisiert. Und ich kann jedem nur empfehlen, dieses Buch zu lesen, in was dort investiert wird. Da schlackern einem wirklich nur noch die Ohren. Das, was ich persönlich als Verschwörungstheorie abgetan habe und auch mit diesem Begriff muss man sehr vorsichtig sein. Ich glaube, da muss ich auch mal über die Bücher gehen und das anders benennen. Das ist alles richtig gewesen. Und das ist belegt in diesem Buch. Und eben, diese Verstrickungen sind viel zu stark und die Politiker sind absolut falsch inzentiviert. Sie sind käuflich. Sie können käuflich sein. Und das geht ganz einfach. Und da soll mir niemand erzählen, dass diese Leute nicht gekauft sind. Und was tun wir dagegen? Was kann die AfD oder die FPÖ tun, wenn man von einem Schutzschirm oder einem Schutzmechanismus sprechen möchte? Vielleicht, weil da jetzt unglaublich viel Interessantes dabei gewesen ist. Ich habe ja in einem Interview, glaube ich, es war eben vor einigen Wochen mit einem Fernsehsender, den Begriff der Herdenintelligenz, diesem Begriff, dem Begriff der Herdendummheit gegenübergestellt. Und ich habe es ja selber erlebt, auch in meiner Zeit, als ich Innenminister sein durfte und diesem Land dienen und vor allem in der Asylfrage, wo wir dafür Sorge getragen haben, dass ein anderer Wind geweht hat. Ich habe gesehen, wie weit die Herdendummheit auf internationaler Ebene ausgeprägt ist. Also ich glaube, die allermeisten sind schon irgendwelche Mitläufer. Ja, aber es gibt sicherlich auch einige, die dieses ganze Unwesen federführend mitgestalten. Und denen kommt etwas zu Hilfe. Die Politik hat ein riesiges Problem. Sie hat eigentlich keine Legitimation mehr. Die Bevölkerung verabschiedet sich mehr und mehr, hat das Gefühl, die tun eh, was sie wollen. Und irgendwann einmal vor der Wahl kommen sie dann wieder daher, um uns für dumm zu verkaufen. Und in einer solchen Legitimation hilft die Krise unglaublich. Je mehr Krisen und je größer die Bedrohung, desto notwendiger werden all diese Unnotwendigen gestalten. Und das haben wir bei Corona erlebt. Und kaum ist dieses Corona-Narrativ zusammengebrochen, das ist ja fast noch ein vornehmer Hilfsausdruck dafür, für das, was passiert ist, eigentlich entzaubert worden. Eigentlich bloßgestellt worden. Also da ist ja nichts übrig geblieben von all dem, was man uns erzählt hat. In dem Moment erleben wir die Parallelverschiebung auf das Klimathema. Die gleiche Angststrategie, die wir damals hatten. Die Welt wird untergehen. Es gibt nur eine Möglichkeit, das Ganze aufzuhalten. Wer was anderes sagt, ist diesmal halt dann kein Schwurbler, sondern ein Klimaleugner und, und, und. Wieder gehen hunderte Milliarden in dieses Projekt hinein. Wieder wird kein Mensch gefragt, ob er das eigentlich für gut und vernünftig hält. Da bin ich wieder bei der Entkoppelung vom Souverän. Und wieder sind die Regierenden und im Hintergrund die Wissenschaft, als ob es so etwas gäbe, die Wissenschaft, das ist dann der religiöse Überbau, den man dann mitliefert. Also eine Parallelverschiebung ist jetzt der nächste Ansatz. Gleichzeitig erleben wir schon den dritten Ansatz. Das ist nämlich die Frage des Umgangs mit dem Krieg Russland-Ukraine. Wieder eine Parallelverschiebung. Wieder ist alles alternativlos. Wieder fließen hunderte Milliarden hinein. Wieder ist jeder, der etwas anderes sagt und gar noch das Wort Frieden in den Mund nimmt. Oder es wagt sich für Verhandlungen auszusprechen. Ein Ketzer oder etwas ähnliches. Wieder wird niemand von der Bevölkerung gefragt und wieder müssen die Leute die Suppe auslöffeln. Und wieder ist das eine riesige Bedrohung, denn wir müssen damit rechnen, dass der Russe morgen in Wien einmarschiert, wenn man deutet, jetzt nicht die Werte des Westens oder am Wort es da angeblich geht, hochhält. Und das zeigt, sie haben sozusagen für sich selber als letztes Machtinstrument nur mehr diese Legitimation durch Angst. Und die Menschen durchschauen mehr und mehr, dass da etwas nicht stimmt. Dass die Geschichten, die sie uns auftischen, hinten und vorne nicht zusammenpassen. Beim Russlandkrieg, denken sie daran, auf der einen Seite will man das russische Regime destabilisieren, auf der anderen Seite zittern alle, wenn ein Herr Brigoschin mit ein paar Söldnern in Richtung Moskau, wenn man sagt, das ist ja furchtbar, dann würde Russland destabilisiert. Also was jetzt? Man muss nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen, um zu sehen, dass es hinten und vorne nicht zusammen stimmt. Und deswegen die immer höhere Schlagzahl beim Angstmachen. Und was kann man jetzt dagegen tun? Ich glaube, und jetzt hängt ganz, ganz viel davon ab, welche Persönlichkeiten politische Verantwortung übernehmen. Sind sie Teil dieses Systems? Sind sie für dieses System, das sie auch beschrieben haben, empfänglich? Oder haben sie eine andere, sagen wir es mal so, charakterliche und mentale Grundaufstellung? Das ist die Schlüsselfrage. Das ist die Schlüsselfrage. Und da muss sich jeder selber in den Spiegel schauen und diese Frage für sich selbst entscheiden. Und was meine ich damit? Die notwendigste Eigenschaft für einen Politiker in Zeiten wie diesen, um das Ruder herumzureisen, heißt Tapferkeit. Das ist ein hoher Begriff. Aber er bedeutet die Bereitschaft, Verwundungen, Verletzungen und vielleicht noch mehr in Kauf zu nehmen, um das Ziel zu erreichen. Nicht für sich selber, sondern für die Menschen. Es wird wehtun, sich mit diesem System anzulegen. Es tut weh. Sie erleben es im Kleinen, da wird noch viel mehr kommen. Wir erleben das jetzt, da wird noch viel, viel mehr kommen. Aber wenn wir diese Bereitschaft nicht mitbringen, dann werden diejenigen, von denen wir es nicht wollen, sich durchsetzen. Und die Bevölkerung wird verlieren. Und deswegen müssen wir diese Tapferkeit aufbringen. Frau Weidel, hat die AfD diese Personalstruktur in der Führungsebene in den Bundesländern, dass es genügend solche Charaktere gibt, die tapfer sind, wie der Herr Kickl sagt, die diesen Kampf bereit sind aufzunehmen? Denn es wird ja ungemütlich werden. Ich glaube, Sie können in Deutschland nicht mehr ganz einfach in eine Bar gehen, weil der linksextreme Terror, weil die Migrantengewalt, weil der aufgehetzte Mob ja immer stärker wird. Gibt es Leute, gibt es genügend Leute, die bereit sind, diesen harten Weg zu gehen? Ja, da sprechen Sie ein ganz großes Thema an, vor allen Dingen auch, was mich persönlich anbelangt. Ich wurde ja auch gerade direkt angesprochen. Ich kann in der Tat nirgendwo mal hingehen in Deutschland. Und gut, ich habe mich jetzt damit abgefunden. Es ist zwar sehr schade, Gott sei Dank hatte ich auch während des Studiums und danach wirklich gute Zeiten. Und dementsprechend habe ich mich jetzt so eingerichtet. Es ginge auch weiter, dass meine Lebensgefährtin, die ja auch im Medienbereich tätig ist, für zwei Jahre gecancelt wurde. Also als es uns auch an die Existenz gehen sollte, Sippenhaftung. Ja, Sippenhaft, obwohl sie eigentlich mit der Politik überhaupt gar nichts zu tun hat. Und so geht das dann immer weiter. Es wurde eben gesagt, so im Kleinen. Dazu muss ich sagen, es ist nicht mehr klein bei uns. Die AfD-Funktionäre sind unglaublichen Gewaltakten ausgesetzt. Es werden Autos angezündet. Es werden Menschen tätlich angegriffen. Das geht ja bei uns durch die Decke. Also der Linksterror, der greift um sich. Es werden Adressen jetzt auch von hessischen Funktionären, die sich im Landtagswahlkampf betätigen, veröffentlicht. Also dem linken gewalttätigen Mob, der ja eben auch mit Steuergeldern unterfüttert wird, dort ausgesetzt. Und es ist schon etwas, worauf man sich mental einstellen muss, dass man Opfer bringt. Und diese Opfer, diese persönlichen, die bringt man für das eigene Land. Man muss daran glauben, weil ansonsten kann man diesen Job einfach überhaupt gar nicht machen. Und ganz persönlich, und da spreche ich auch für viele andere Funktionäre in unserer Partei, der Glaube, der gemeinsame Glaube, hier die Bremse zu betätigen und unser Land zum Besseren zu wenden, dieser Glaube trägt uns alle überhaupt, das auszuhalten. Herr Kickl, Frage an Sie zurück. Wie sieht es mit der FPÖ aus? Gibt es hier auch genügend Personen, die dann in Verantwortung standhalten können? Wenn ich mir eine kritische Äußerung erlauben darf, dann waren Sie ja der konsequente Pol in der letzten Regierung. Dann waren Sie ja im Innenministerium derjenige, auf den alle gesehen haben und gewartet haben, was passiert. Und andere in Regierungsverantwortung haben da nicht so ganz geglänzt. Wie ist denn die FPÖ jetzt aufgestellt? Sind Sie der Meinung, dass dieser Kampf, der härter werden wird, von der FPÖ und von Ihren Mitstreitern getragen werden kann? Wie Sie wissen, bin ich ja seit etwas mehr jetzt als zwei Jahren Parteibmann der Freiheitlichen Partei. Und die mentale Aufstellung aller unserer Funktionäre in diese Richtung ist eine meiner wichtigsten Aufgaben. Es braucht ein klares Ziel, es braucht einen festen Willen, es zu erreichen und es darf niemals um uns selber und um unsere Positionen gehen. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich werde nicht müde, es den Leuten zu sagen, dass wir nicht dafür in der Politik sind, um gutes Geld zu verdienen oder uns möglichst bequem zu haben zu dieser Abteilung von Palliativpolitikern, die alle nur möglichst wenig Schmerzen haben wollen und sich ja nicht wehtun. Und so sieht das dann aus. Und das Ganze wird dann erweitert um ein paar Freunde in den Medien und findet dann die Fortsetzung im Wirtschaftsleben danach. Dazu will ich eine Brandschutztür einziehen. Und ich glaube, dass die Umfragewerte oder die kontinuierliche Aufwärtsentwicklung entgegen aller Prognosen in den letzten fast zwei Jahren und die Wahlergebnisse, die wir erreichen konnten, dass das auch einen Grund darin hat, dass wir diesen ganz klaren Kompass und dieses ganz klare Bewusstsein auch der Aufgabenstellung haben. Und wie gesagt, und das ist mir das Allerwichtigste, es ist dieses Erfordernis, Tapferkeit mitzubringen. Das heißt, Verwundungen und Verletzungen in Kauf zu nehmen, um den Menschen da draußen zur Gerechtigkeit zu verhelfen, um der Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen. Das wird keine Aufgabe sein, die man fertigstellt, sondern es wird ein Ziel sein, an dem man immer und immer wieder neu zu arbeiten hat. Und ich bin guter Dinge, Dinge, da kommen ganz, ganz viele Junge nach. Wir werden mehr, was die Mitglieder betrifft. Das Engagement ist riesig. Und wir kämpfen in der Zwischenzeit nicht mehr nur alleine als Partei, sondern wir haben ein großes, ich sage es jetzt einmal so, Umfeld von der patriotischen, der Heimat verbundenen Zivilgesellschaft, die sich da gebildet hat in den letzten zwei Jahren, die gesagt haben, wir sind da auch nicht mehr mit dabei, wir lassen das nicht mehr mit uns machen. Und das ist dieser Schulterschluss, der für viele so beängstigend ist. Allerdings nur für diejenigen, die ein schlechtes Gewissen haben, weil für alle anderen ist das befreiend. Sie haben das jetzt angesprochen. Trotz guter Wahlerfolge ist so etwas wie ein patriotisches Vorfeld hier noch nie wirklich zustande gekommen. Es fehlt im Gegensatz zu den Linken, wo es den Marsch durch die Institutionen gegeben hat mit Kulturschaffenden, mit Denkfabriken, mit Medien, die ihnen sozusagen zuspielen. Da fehlt es ja trotzdem noch auf der patriotischen Seite. Es entsteht langsam und sofort beginnt das System hier natürlich wieder den Keil hineinzutreiben. Entweder ist die AfD oder die FPÖ zu böse für das Vorfeld oder das Vorfeld zu böse für die Partei. Wie beurteilen Sie denn, ist das wichtig, dass es ein Vorfeld gibt? Ja, natürlich ist das wichtig. Aber Sie haben es gerade schon angesprochen. Der Marsch durch die Institutionen, der ist natürlich nachhaltig gewesen. Also das sehen wir in Deutschland, was das alles gezeitigt hat mit dem Ergebnis, dass wir einen staatlich durchgefütterten Regierungsfunk haben, wo sie alle, sage ich jetzt mal, unqualifizierten grünen und linken Denkmuster da drin haben. Die nicht wissen, was eigentlich wirtschaftliche Wertschöpfung ist, wo das herkommt. Was es heißt, Unternehmer zu sein, das wissen diese Leute alles nicht. Warum sie auch überhaupt gar keine vernünftige wirtschaftliche Berichterstattung mehr haben, die man nur halbwegs seriös nennen kann. Damit wird oder soll den Menschen das Denken abgewöhnt werden. Und ein anderes Problem, was dort natürlich auch nahtlos reingreift, ist der Bildungsstand. Also einerseits haben die Medien völlig vergessen, was eigentlich ihre Aufgabe ist, als vierte Kraft in der Demokratie, nämlich aufzuklären und für Transparenz und für vernünftige Entscheidungsgrundlagen zu sorgen. Auf der anderen Seite fällt das Bildungsniveau immer weiter ab. Sieht man ganz drastisch in Deutschland im PISA-Test. Also wir sind nicht mehr annäherungsweise kompetitiv mit anderen Ländern. Also das, was hinterherkommt, die können auch, wenn sie die Informationen hätten, diese Informationen aufgrund des geringen Bildungsstandes nicht mehr vernünftig verwerten, weil sie nicht mehr entsprechend ausgebildet sind. Das sehen Sie auch fortgeführt an den Patentanmeldungen. Auch hier ist Deutschland weit abgerutscht. Wir waren irgendwann mal auch Patentführer und also ein Innovationstreiber. Das ist alles weg. Und dann kommt dann auch nichts mehr nach. Und jetzt noch mal auf Ihre Frage zurückzukommen. Darum ist es so wichtig, das Vorfeld zu beherrschen. Denn das fängt ganz früh an, weil dieser Prozess, der dauert Jahrzehnte, um das wieder aufzuholen. Diese Zeit haben wir aber nicht mehr. Und ich muss Ihnen aber sagen, dass ich trotzdem voller Hoffnung bin, weil die Stimmung, und das merke ich auch auf den Veranstaltungen, die ich auch mache, die Stimmung dreht sich so rasant in Deutschland, dass ich die Hoffnung habe, dass wir das noch ausbremsen können, diese ganzen negativen Entwicklungen. Das wäre auch meine Frage, dass wir einen positiven Ausblick vielleicht haben. Können Wahlen überhaupt noch etwas ändern? Wir haben ja erlebt, wie das immer wieder ausgebremst wird. Stichwort Ibiza in Österreich. Dann andere Versuche, immer wieder hier reinzufunken. Eine übermächtige Medienlandschaft, die selbst, wenn die FPÖ in der Regierung ist, dagegen arbeitet. Oder die AfD im Land stärker wird. Die Medien dann wie Agenten der Fremdbestimmung dann hier auch noch drauf losgehen. Sind Sie optimistisch, dass man hier noch eine Wende über die Wahlen erreichen kann? Oder ist zum Beispiel ein demografischer Kipppunkt bereits erreicht? Wie beurteilen Sie denn das? Das wird sich herausstellen. Also wir haben Wahlen, die parlamentarische Teilhabe, als einziges Vehikel, um unsere Stimme auch darstellen zu können. Und Sie haben gerade nochmal das Beispiel Ibiza genannt. Also ich glaube, ich darf das sagen, jetzt als Auslandspolitikerin, dass wir da natürlich auch ein Beispiel gesehen haben, wie jeder Politiker selbst mit seiner Verantwortung umgeht. Und so etwas wie Ibiza wäre anderen Politikern nicht passiert. Also da trägt auch selber, also jeder selbst die Eigenverantwortung für so ein Handeln, dass so etwas gar nicht passieren darf. Es ist ja auch davon mal ganz abgesehen nur peinlich gewesen, nicht wahr? Aber insgesamt ist es das, worauf wir hinstreben müssen, dass wir eben durch die wichtigen Wahlen die ganzen Dinge zum Besseren wenden müssen. Wenn wir vielleicht hier nochmal die Frage mit dem Vorfeld auch noch einmal zurückgeben, bevor Sie mir bitte auch die Frage beantworten, ob Sie zuversichtlich sind, dass Wahlen etwas bringen. Denn der Bundespräsident hat ja beispielsweise schon gesagt, dass er Sie nicht angeloben möchte. Dazu vielleicht dann im Anschluss gleich noch einmal. Was kann das Vorfeld beitragen? Vielleicht zum Thema Vorfeld ist mir etwas wichtig, weil ich glaube, die Macht, die dieses Vorfeld in der Zwischenzeit hat, von vielen in den etablierten Parteien und in den etablierten Institutionen völlig unterschätzt wird. Sie haben eine diffuse Angst, weil Sie alles kontrollieren und alles regeln und alles steuern wollen. So sind Sie es ja auch gewohnt. Sie kaufen sich alle, Sie beeinflussen alle, Sie manipulieren alle mit Umfragen, Inseraten oder was auch immer und schaffen sich damit eine künstliche Wirklichkeit, in der Sie sich offenbar selber so verfangen haben, dass Sie die wirkliche Wirklichkeit nicht mehr kennen. Und Corona war ja im Zusammenhang mit diesem Vorfeld eine wirkliche Initialzündung. Also dass da Menschen in Österreich, da gehört schon was dazu, zu Hunderttausenden auf die Straße gehen und in Wahrheit aber im Hintergrund sich Millionen miteinander vernetzt haben und gesagt haben, das lassen wir nicht mehr mit uns machen. Und dann die Reaktion des Systems darauf, dass man die dann als Neonazis beschimpft hat und dass man gesagt hat, die wollen die Republik aushöhlen und das sind die wirklichen Gefahren quasi für unsere Verfassung. Dabei waren sie der lebendige Verfassungsschutz in diesen Zeiten, will man auch einmal sagen. Aber das hat gezeigt, welche Kraft und welche Dynamik da drinnen ist. Und das Wichtige dabei ist, das wäre nicht möglich gewesen, ohne die Entwicklung im Medienbereich, nämlich im Bereich der freien Medien, im Bereich der sozialen Medien. Wo natürlich jetzt etwas entstanden ist, was sich in weiten Teilen dieser von oben verordneten Kontrolle entzieht. Und ich vergleiche das immer ein bisschen, fast wie mit dem Auftreten des Buchdrucks oder mit dem Auftreten der Reformation gegen das System des Katholizismus. Plötzlich kommt da jemand daher und sagt, du kannst selber die Bibel lesen, du brauchst nicht einen Vorrat, der dir das erklärt. Wir machen da noch einen Gefallen, wir übersetzen es sogar in die Sprache, die du sprichst. Und ähnlich sehe ich das, was jetzt am Mediensektor passiert, im Verhältnis etablierte, ist gleich gekaufte, verpolitisierte Medien zu den freien Medien. Und die Medien haben diesen eigenen Bedeutungsverlust noch gar nicht richtig fassen können. Sie können damit nicht umgehen. Genauso wie die etablierte Politik, die braucht ja diese Lautsprecher, anders funktioniert. Sie sind ja die Herz-Lungen-Maschinen der alten Parteien. Wenn sie die nicht hätten, dann wären die nicht einmal mehr messbar. Und dann kommt man eben mit Zensur und mit Restriktion und mit Kriminalisierung und all dem daher. Aber diese Werkzeuge sind zahm geworden. Und jetzt komme ich zu meinem Optimismus, weil wir müssen ja niemanden in dieser Zivilgesellschaft, die sich für Neutralität, für Frieden, für die Grund- und Freiheitsrechte einsetzt. Wir brauchen da ja keine internationale Organisation, die die Demonstranten bezahlt. Das kommt ja aus den Herzen und aus den Köpfen der Bevölkerung. Und das zeigt, dass die schweigende Mehrheit es satt hat. Und das ist der Punkt, der mich so optimistisch macht. Weil wir müssen die schweigende Mehrheit nur dazu bewegen, einmal in der Wahlzelle das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. Und dann kommt die Verantwortung wieder auf uns zurück. Denn dann schlägt für uns die Stunde der Wahrheit. Und das sollte jedem auch klar sein, der sich jetzt über diese Umfragen freut. Das wird ein Höllenritt. Das wird ein Höllenritt. Man wird alle Hebel in Bewegung setzen, um uns wieder loszuwerden. Aber wenn wir das tun, was uns so weit gebracht hat, nämlich Seite an Seite mit der Bevölkerung, Schritt für Schritt die Dinge durchgehen, Unsinnigkeiten abstellen, die Hinwendung zum Volk und die Abwendung von falschen Propheten, dann glaube ich, dann können wir alles das, was negativ läuft, umdrehen. Und ein letztes Wort zum Bundespräsidenten. Meine Güte. Der hat schon so viel gesagt. Und noch mehr hat er vergessen. Er weiß ja nicht einmal mehr selber, ob er noch Mitglied bei den Feuermaurern ist oder nicht. Und er weiß als ehemaliger Parteichef der Grünen auch nicht mehr, ob er für die Atomkraft oder dagegen war. Vielleicht weiß er auch bald nicht mehr, was er gesagt hat im Zusammenhang mit der Angelobung. Aber mein Ziel ist es, die normative Kraft des Faktischen zur Wirkung zu bringen. Wir wollen stärkste Kraft werden. Soll sich eine Zweierkonstellation nur mit uns ausgehen, sage ich noch etwas dazu, ohne jetzt da irgendwo unbescheiden wirken zu wollen. Aber je größer der Abstand zum Zweiten ist, desto größer wird die Erschütterung bei den anderen und desto größer wird sozusagen der Impuls für einen Nachdenkprozess beim Bundespräsidenten werden. Denn dafür ist er nicht Bundespräsident geworden, um sich über die Grundbausteine unserer Verfassung hinwegsetzen zu können. Sie wollen quasi Fakten schaffen, an denen er nicht mehr vorbeikommt. Und in Deutschland mit der AfD geschieht es ja ähnlich. Dort wird ja auch schon immer gesagt, Brandmauer und man darf nicht mit ihnen gemeinsam und so weiter. Und das beginnt ja jetzt zu bröckeln, denn eben, wenn das Volk so wählt, dann muss man eine Entscheidung treffen. Jetzt haben Sie einen ganz entscheidenden Gegenspieler, immer wieder den Verfassungsschutz in Deutschland. Der hier, ich habe hier das Stichwort gemacht, der hier immer wieder davor warnt, zufällig jetzt drei Wochen vor der Bayernwahl, ist es dann wieder legitim, die AfD mit dem Verfassungsschutz zu beobachten. Ist das ja mittlerweile ein Regierungsschutz oder wie muss man denn das sehen? Wie kann man denn das einordnen? Der Verfassungsschutz ist eine Institution, die selbst verfassungsfeindlich handelt. Ein Konstrukt wie den Verfassungsschutz gibt es in keinem anderen Land. Sie müssen sich das so vorstellen, dass es sich hier um einen Inlandsgeheimdienst handelt, der permanent seit Jahren eine Oppositionspartei diskriminiert. Und indem er das tut, schließt er die AfD von einem fairen Parteienwettbewerb aus. Wir binden Millionen von Wählern und diese Wähler werden ebenfalls ausgeschlossen. Und das ist an sich, dieser Eingriff in den Parteienwettbewerb, der ist an sich verfassungsfeindlich. Warum ich auch zu dem Schluss gekommen bin, zu sagen, dass der Verfassungsschutz reinster Regierungsschutz, Sie haben es gerade angesprochen, völlig richtig, reinster Regierungsschutz ist und selbst sich zum Verfassungsverein geriert. Schauen Sie sich das an, der Verfassungsschutz ist im Innenministerium unterstellt. Sie haben als Verfassungsschutzpräsident einen CDUler, einen Haldenbang, allein schon der physiognomisch sehr lustig aussieht. Ich denke da an ganz dunkle Zeiten und ich verkneife mir jetzt jeden weiteren Kommentar. Aber dieser Mann, wenn man ihn ansieht, der ist so allenfähig. Der berichtet an Nancy Faeser, an eine SPD-Innenministerin und erhält dort Order. Das haben wir jetzt gesehen, die große Spitzelaffäre von Nancy Faeser. Das muss man sich mal vorstellen, dass so ein Apparat genutzt wird, um missliebige Beamte aus dem Amt zu entfernen. Da werden ja auch mal Rücktritte fällig und auch der Verfassungsschutz als Gebilde hinterfragt. Aber das wird alles nicht gemacht. Wir marschieren dagegen und wir rechnen natürlich, dass hier voll gegen uns auch durchgeladen wird. Aber das ermuntert uns, regelrecht dort auch weiterzumachen, wo wir angefangen haben. Ich denke ja, dass man in den letzten Jahren gesehen hat, was wurde denn da nicht alles ins Treffen geführt gegen die alternativen Medien, gegen die Rechtsparteien, gegen alles. Alles war böse. Und die Bedeutung dieser Strukturen hat zugenommen. Denn desto mehr hier gehetzt wird, desto mehr sehen doch die Leute. Und die Leute haben ja noch Verstand und können beurteilen, oder? Natürlich. Und das sehen wir jetzt eben auch in den Umfragen. Aber nochmal zurückzuführen auf den Verfassungsschutz, mit was wir es hier zu tun haben. Wir kritisieren permanent, permanent, also unsere Regierungen kritisieren permanent repressive Regimes. Und man bedient sich des Instrumentariums eines miesen kleinen Spitzelstaates. Die DDR hatte die Stasi. Die Stasi hat was gemacht? Sie hat linksgerichtete Terroristen, wie Bader beispielsweise, im Osten ausgebildet, wie man im Westen Menschen umbringt. Und sie haben das Spitzelsystem wirklich bis in die kleinsten Verästelungen in die Gesellschaft manifestiert. Und was macht denn hier die Bundesrepublik mit so einer Spitzelinstitution? Das muss man sich mal vorstellen, dass da irgendwelche schmierigen Beamten, und ich möchte es genau so sagen, weil ich genau so etwas von solchen miesen Spitzeln denke, nichts anderes zu tun haben, als meine Telefonate abzuhören, meine Korrespondenzen zu lesen, wirklich in das Innerste meiner privaten Gespräche mit meinen Eltern, mit Freunden, mit meiner Lebensgefährtin, wo wir über unsere Kinder reden, dass die dort eingreifen können, dass dieser kleine, miese Spitzelapparat dort überall drin ist. Sowas gehört verboten. Das ist verfassungswidrig. Und so ein Konstrukt, was sich diesen Methoden eines repressiven Systems wie der DDR bedient, wo wirklich alle bespitzelt wurden und die Menschen drangsaliert und Menschen bei der Flucht an den Grenzen erschossen wurden, in den Rücken reingeschossen wurden, dass so etwas als Konstrukt auch abgeschafft wird. Das darf eigentlich überhaupt gar nicht sein. Und ich als freiheitsliebende Person, Sie merken das natürlich auch, dass ich da extrem emotional reagiere, weil das ist etwas, dass so etwas so hingenommen wird, während man mit den Fingern auf andere Staaten zeigt, ja guck doch mal hier hin, guck doch mal da hin. Aber selbst macht man es so und terrorisiert die Opposition innerhalb des eigenen Landes. Das ist etwas, was auch gegen die Menschenrechte verstößt. Aber man merkt an Ihrer Emotion, dass Sie hier aufrecht stehen und hier eine klare Haltung dazu haben. Ich denke, das signalisiert auch vielen Menschen, die ja immer wieder von der Zensur, von der Bespitzelung betroffen werden. Wir haben hunderte Zuschriften von unseren Zuschauern, die unsere Auf-Eins-Interviews teilen und die dann vielleicht, wenn Sie einen entsprechenden Kommentar dazu verfassen, eine Einvernahme bei der Polizei bekommen, weil ein ganzes Heer an Spitzeln im digitalen Wesen das alles beobachtet. Und selbst die biederste Hausfrau ist nicht mehr sicher davor, wenn sie ein Posting absetzt, dass sie nicht als Hassposterin zum Feindobjekt dieses Regimes gemacht wird. Und wenn die Leute sehen, dass man hier davor nicht mehr länger Angst haben muss, dann ist das, glaube ich, eine stabile Ansage. Und Sie haben ja auch Ihre Erfahrungen mit dem Verfassungsschutz gemacht. Vielleicht, dass wir nicht zu weit jetzt dazu ausholen, aber noch ein Wort dazu, bitte. Ich meine, ich habe gesehen, was dieser Verfassungsschutz ist. Er war so etwas Ähnliches wie die Vorfeldorganisation einer Partei, die seit vielen, vielen Jahren das Innenministerium besetzt und in einem Zusammenspiel zwischen Innenministerium, Justizministerium und Finanzministerium in Wahrheit die Institutionen des Staates für parteipolitische Zwecke missbraucht hat. Und der Verfassungsschutz war halt ein Werkzeug mehr. Und ich finde das ja abenteuerlich, dass man da jetzt einen ehemaligen Direktor des Verfassungsschutzes durch die Medien zerrt und das Licht gesteuert hinstellt. Also auf internationaler Ebene war der besten Fall seine Witzfigur, weil der Verfassungsschutz nichts von dem, was eigentlich seine wirkliche Aufgabe gewesen wäre, Terrorbekämpfung, islamistische Gefahren und Ähnliches, das hier irgendwo zu bekämpfen, sondern sich in Wahrheit hier als Versorgungsstelle für Parteigünstlinge und als Auftragswerkstätte im Kampf gegen politische Gegner, das eben zu etablieren. Was vielleicht ganz wichtig ist in dieser Sache, ist der Begriff der Gewalt, weil das, was hier ausgeübt wird, das ist strukturelle Gewalt, das ist institutionelle Gewalt. Und offenbar glauben diese Herrschaften, dass die Menschen so blöd sind und glauben, Gewalt ist nur, wenn jemand einen Knüppel über den Kopf bekommt. Das ist auch Gewalt. Und da dürfen wir aber nicht vergessen, wie man auch auf andere Arten Gewalt gegen Andersdenkende, gegen missliebige politische Gegner ausrichten kann, indem ich finanzielle Zugänge sperre, indem ich versuche, jemanden zu diskreditieren, zu kriminalisieren, indem ich ihn versuche, einzuschüchtern und zu verängstigen. Da muss noch gar nichts operativ passieren. Aber das alleine ist diese institutionelle Gewalt, die von diesen Dingen aus geht, die eigentlich dafür da wären, uns davor zu schützen. Und weil das Wort Stasi gefallen ist, ja, das ist richtig und das ist ein ganz dunkles Kapitel, aus meiner Sicht noch viel zu wenig aufgearbeitet, das muss man auch sagen. Aber es hat eines, und das bringt mich wieder zu meinem Optimismus, es hat alles nichts genutzt. Die Stasi, die überall hineingeschaut hat, alles überwacht, jeden kontrolliert und jeden verängstigt usw., hat am Ende auch nicht dazu geführt, dass dieses Regime überlebt hat. Einfach deshalb, weil die Leute einmal irgendwann gesagt haben, es reicht uns, ja, unsere Freiheit, die Wahrheit und die Gerechtigkeit, das ist uns wichtiger und das kommt aus dem Herzen und das andere ist der Überbau. Schöner Schlusssatz. Jetzt möchte ich dieses Kapitel Verfassungsschutz tatsächlich abschließen und habe noch zwei kurze Fragen, die mich persönlich interessieren. Wir sehen, dass wir einem tatsächlich sehr mächtigen Instrumentarium, einem Regime gegenüberstehen, das eben die Meinungsfreiheit beschneidet, das Oppositionelle kriminalisiert, das in jeder Hinsicht sehr, Sie haben gerade gesagt, gewalttätig agiert. Was könnte man tun, wenn ein Erdrutschsieg die AfD zur absolut stärksten Kraft werden ließe und sie können ohne Rücksicht auf irgendwelche anderen Parteien, wo sie Kompromisse eingehen müssen, ein paar wenige Maßnahmen setzen, um dieses Land zu reparieren? Was würden Sie denn da tun? Wir würden natürlich unsere Programmatik umsetzen und natürlich muss man da unterscheiden zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen. Ich glaube, das kurzfristige, was wir sehr schnell machen würden, ist die Einziehung von Grenzkontrollen und die Grenzen dicht zu machen, dann natürlich auch Illegale abzuschieben, also ein riesiges Maßnahmenpaket der Abschiebung. Dann müssen wir beispielsweise auch Afghanistan und Syrien zu sicheren Herkunftsländern erklären. Das ist das, was wir tun müssen. Und vor allen Dingen auch die Sogwirkung abstellen. Wir plädieren ja seit Jahren dafür, anstatt Geld nur noch Sachleistungen zur Verfügung zu stellen, also dass dieser Pull-Faktor wegfällt. Und dann, was energiepolitisch hier passiert, wir werden sofort dafür sorgen, dass wir zurück zur Kernkraft gehen. Wir hatten die modernsten Kernkraftwerke, die ohne Not abgeschaltet wurden. Und ich würde sofort das EEG abschaffen. Also zack, das ganze Ding wirklich dem Garaus machen und wieder zu einer energiepolitischen Vernunft zurückkehren. Und dann müssen wir insgesamt mit den Verbrauchsteuern runter, und auch mit den Einkommenssteuern setzen. Wir plädieren für das Familiensplitting-Modell, also korreliert mit der Kinderzahl runter, mit den Einkommenssteuern setzen. Die Deutschen sind den höchsten Steuern- und Abgabensätzen der Industrieländer unterworfen. Auch das müssen wir jetzt endlich mal abschaffen. Und wir müssen für vernünftige Rahmenbedingungen für Unternehmen schaffen, des Wirtschaftens. Eben wurde das ja auch schon angesprochen, also die steuerliche Laste weiter zu senken und für sichere und bezahlbare Energie zu sorgen. Also das sind erstmal die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen, die kurzfristig mit zu etablieren sind und dann kann man sich um die mittel- und langfristige Maßnahmen kümmern. Danke für diese kompakte Antwort. Ich kann mir vorstellen, Sie könnten da sehr weit ausholen. Ich bitte auch den Herrn Kickl, jetzt eine möglichst kompakte Antwort gegen Ende dieses Interviews zu. In der gegenwärtigen Situation sehe ich das fast ähnlich, wie wenn man als Ersthelfer zu einer Unfallstelle kommt. Das Erste, was man machen muss, man muss einmal die Blutung stoppen und Reanimationsmaßnahmen setzen, sofern der Patient sozusagen irgendwo in Ohnmacht gefeuert ist oder eben ansonsten keine Lebenszeichen mehr zeigt. Und das bedeutet für mich, dass wir dieser Teuerung zu Leibe rücken müssen. Und die einfachsten und schnellsten Maßnahmen, die wir setzen können, ist, dass wir steuerliche Belastungen, die aus meiner Sicht vollkommen unsinnig sind, weil nur ideologisch motiviert, im Zusammenhang mit CO2, dass wir das alles wieder rückgängig machen und dass wir von den Mieten bis hin zu den Lebensmitteln wirklich den Menschen durch Preisregulierungen helfen. Das ist etwas, was ich nicht gerne tue, aber es ist in einer Ausnahmesituation notwendig. Gleichzeitig sagen wir immer, wir müssen an die Ursachen, das hat alles auch seinen Grund, das ist nicht vom Himmel gefallen, das hängt an diesem Öko-Kommunismus, der eine neue Art von Glaubenswahrheit geworden ist für viele. Dem müssen wir entschieden entgegentreten. Wir müssen raus, wir sind ein neutrales Land aus diesen Knieschuss-Sanktionen gegen Russland. Das sind ganz, ganz wesentliche Maßnahmen. Das Zweite, glaube ich, das betrifft diesen Perspektivenwechsel, den ich angesprochen habe, hin zur Bevölkerung. Und genau das kann man herunterbrechen in die einzelnen Bereiche. Im Bildungssystem, dort geht es um die Zukunft unserer Jugend. Hin zum Schüler und zum Lehrer und weg von dieser Verwaltungsbürokratie, wo lauter unnötige Figuren hingeschoben werden, die alle sonst nirgends mehr zu gebrauchen sind, dort Papier produzieren, Geld kosten, aber keinen Output produzieren. Im Gesundheitssystem, hin zu den Pflegern, zu den Ärzten und zu den Patienten, weg von der Verwaltungsbürokratie. Das Geld ist da, es ist nur falsch verteilt. Das wären so mittelfristige Schritte, die man sofort machen müsste. In der Sicherheitspolitik, wieder hin zu den Polizisten, weg von diesem Verfassungsschutz, ihr sind raus zur Polizeiinspektion, nicht in der Nacht zusperren, so in Wien, jetzt zwischen 19 und 7 Uhr, weil man keine Polizisten mehr hat. Gerade dort in der Bundeshauptstadt, die Verbrecher, die werden gar nicht fertig mit dem Lassen. Die schütteln sich vor Lachkrämpfen bei dieser Sicherheitspolitik. Das wäre sozusagen der Perspektivenwechsel im Kleinen. Und ich glaube, im Großen müssen wir unsere Souveränität wiederholen. Und das geht gegenüber Brüssel. Wir haben da ein ganz spezielles Modell, wo es darum geht, die Neutralität und die Souveränität als zusätzlichen Grundbaustein in unserer Verfassung zu etablieren. Und damit alles, was von Brüssel oder sonst einer internationalen Organisation kommt, letztendlich mit ganz, ganz hohen Quoren im Parlament und am Ende mit einer Volksabstimmung überhaupt erst auf freischalten zu können. Das ist für mich die Rückkoppelung an den Souverän. Und da können manche den Kopf schütteln, weil das schon ganz fremd ist. Für mich ist das sozusagen der Kern der Politik. Und zu dieser Souveränität gehört auch, und das ist auch mittel- und langfristig, die starke Implementierung des Instruments der direkten Demokratie. Das war schon immer auf unserer Agenda, weil das absichert, dass wenn halt Wahlversprechen nicht gehalten werden, aus welchen Gründen auch immer, da rede ich jetzt von den anderen, mein Vorhaben ist das nicht, sie zu brechen, aber dass die Menschen dann eine Notaushaben, eine Notwehrmaßnahme, so etwas Ähnliches wie ein Veto gegen eine verfehlte Regierungspolitik auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Möglichkeit, selbst Gesetzesinitiativen in Gang zu bringen. Das, glaube ich, wäre so ein kleiner Überblick über das Gesamtpaket. Vielleicht als Abschlussfrage, die ich an beide richten möchte. Ich würde das Schlusswort gerne der Frau Weidel geben, deswegen zieht sie zuerst. Was treibt Sie in dieser Zeit tatsächlich noch an? Wir haben gehört, Anfeindungen, Schmutzkübel, Sie sprachen von einer großen Gefahr, die jetzt noch kommt, um hier tatsächlich die von Ihnen angestrebten Lösungsansätze, die Wände herbeizuführen. Was treibt Sie an, diesen Weg hier konsequent weiterzugehen? Ich muss nur mit offenen Augen durch dieses Land gehen. Ich muss mir nur anschauen, wie verzweifelt die Menschen sind, wie viel Not es gibt, wie viel Unsicherheit es gibt und dann weiß ich, was mich antreibt. Und für mich geht es darum, dass wir einen Zustand erreichen, wo nicht alles ruiniert und kaputt gemacht wird, was unsere älteren Generationen aufgebaut haben, unter Verzicht. Dadurch, dass sie sich selbst nach hinten gestellt haben, damit es anderen irgendwann einmal besser geht. Das ist einmal das eine. Da rede ich von der sozialen Sicherheit, Pensionssicherheit, gehört dort alles dazu. Ich will haben, dass unsere Kinder eine Zukunft haben, dass sie jede Manövriermasse verlieren durch Schulden, Rucksäcke und Ähnliches, weil sie keine Bildung mehr bekommen und Ähnliches. Dass sie dieses schöne Land noch selbst erleben können und nicht nur mehr aus Videos oder aus Erzählungen kennen. Und das Allerwichtigste, wenn man es zusammenfassen darf, dann würde ich so sagen, dass die Menschen da draußen das kleine bisschen Glück, dass die Freude am Leben, dass das immer ein Stück größer ist als die Sorgen und Nöte. Da rede ich nicht von irgendeinem Wohlstand und von irgendeinem Luxus. Da rede ich nur von einer gewissen Zufriedenheit und von einer Sicherheit. Und das muss in einer Gesellschaft immer sozusagen das Übergewicht haben gegenüber den Sorgen und gegenüber den Nöten. Und im Moment ist es genau umgekehrt gewichtet. Und das in die richtige Proportion zu bringen und in die richtigen Verhältnisse, das ist das, was mich antreibt. Frau Weidel, Sie werden noch viel stärker bedrängt. Wir haben die linksextreme Gewalt und die Drohungen angesprochen. Das Klima in Deutschland, gerade in den Städten, hat sich unglaublich aufgeheizt. Was treibt Sie noch an diesem Weg, weiter zu gehen? Ja, Sie sagen es schon richtig. Also die Verhältnisse in Deutschland sind extrem geworden. Und das ist etwas, was die Menschen zunehmend ängstigt. Dass auch der Extremismus gefördert wird, auch medial unterstützt wird. Und dass es hier auch eine politische, ideologische Unterstützung für Extremisten in unserem Land gibt, die aufgefahren werden, gegen Andersdenkende vorzugehen. Ich kann Ihnen sagen, dass mich das persönlich nur stärker macht, mich mehr überzeugt, genau so weiterzumachen wie bisher. Wir legen den Finger in die Wunde. Das sehen Sie im Bundestag, in unseren Reden, durch unsere Abgeordneten, auch in den Landtagen, dass wir hier immer mehr Macht bekommen, weil die Menschen uns ihr Vertrauen schenken. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit diesem Extremismus aufräumen werden. Den wird es so unter unserer Führung, unter der Regierungsbeteiligung nicht geben. Und ich möchte auch das nochmal aufgreifen, was Herr Kickl so schön gesagt hat, die Hinwendung zur Bevölkerung, Politik für die Menschen zu machen. Das ist auch das, was wir wollen, dass wir, sobald wir in Regierungsverantwortung sind, dass wir Politik für die Menschen machen und nicht gegen sie. Danke, Frau Weidel, für dieses Schlusswort. Danke, dass Sie hier gewesen sind. Dankeschön. Danke, Herr Kickl, dass auch Sie hier waren und dass wir gemeinsam dieses Gespräch führen konnten. Wir sind ein bisschen über die Zeit gekommen, aber ich glaube, die Zuschauer sind froh, dass wir nicht abrupt abgebrochen haben, denn es war wirklich spannend. Ich hätte noch viele, viele Fragen auf meinen Zetteln gehabt, vielleicht bei einer Fortsetzung. Ich nehme an, es wird gute Wellen schlagen. Ich freue mich schon auch darauf. Danke, dass Sie drangeblieben sind. Bis zum nächsten Mal bei Auf1. Auf1.